Wir sind wieder da. Der Floh und der Haus sind beide da. Sie da? Wie immer. Muss ich eigentlich gar nicht mehr ankündigen, dass ihr da seid. Ihr seid ja immer da. Ja. So, das ist ein hässliches Huhn. So, weiter weggebaut. Das würde doch eigentlich nicht oft sein. Wieso haben wir kein Holz mehr André? Ja, ich gehe farmen. Ich muss sowieso weg, damit die Leute nicht sehen. Dann gehe ich farmen, ok? Ja, der Floh soll es dann bei dir abholen. Ich tue mal alles, was ich habe in die Truhe und dann nehme ich mir richtig viel Zeug mit, damit ich eine richtig lange Runde drehen kann. Ok. Und der Floh holt es dann bei dir ab? Ja, ich gehe dann nur in den Wald und komme ich zurück. Ich hoffe mal, ich nehme mal dein Eisenschwert mit. Das machen. Und wir müssen das da pen gehen, oder? Ja, gib mal eine pen. Warte kurz, ich nehme noch ein Holzsack. So, so, so. Ich muss mir noch ein Holzsack machen. Dann... Geh doch mal pennen so lang. Ja, ich pende schon. Lass mich doch. Ich dachte... Warte mal. Das können wir da raus machen. Ja. Das koch auch kein Schwein. So. Ich bin weg. Mach das... Hast du Essen dabei? Ja. Gut. Ich hoffe mal, ich bin zurück, Leute. Wenn nicht, dann muss ich mich halt wohl oder übel teleportieren. Ich hoffe mal, dass es um einen Minuten hier nicht so stimmt, weil ich habe keine Lust, dann wieder 3-4 Stunden zu leben durch mein Haus. Was? Flur, helft uns abzubauen. Moment, Moment. Ich komme. Ähm... Er muss nicht zu Farmen gehen, weil da chillt grad ein Creeper. Und der macht am Boden, der hat euch lieb. So, wir sind bald 2 Minuten. Wie schnell die Zeit vergeht. Wo ist ein Creeper? Ja. Bei der Farm. Nicht hingehen. Warte, bis er weggen ist. Warte, bis er weggen ist. So. So, 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 so. Oh, das ist weg. Ja, keine gute Idee, aber es ist gut gegangen. Okay. Ja, für die von euch, die noch nicht meinen Kopf kennen, da haben wir jetzt auch noch gar nichts erzählt. Ja, gefahrt haben werdet ihr ja schon mal vom Spiel, das ist eigentlich jeder, der PC spielt, hat schon mal von dem Game gemacht. Nein, nicht. Das ist so viereckig. Das ist so viereckig. Das ist so eine geile Grafik hat. Ja, es gibt halt auch Texturpacks, da kann man es besser machen, aber wir spielen erstmal so später vielleicht Texturpacks, oder? Ja, würde ich auch sagen. Lass mal ohne. Lass da mal ein eigenes machen, oder? Mal weg, Flo. Ja, ich will das da oben abbauen. Ist doch ganz mal als ein Schlag rein. So. Nemo, ruhig. Ich werde jetzt nämlich nur fahren, weil das wird so eine kleine Überraschung. So, jetzt wird das gebaut. Nemo, hörst du? Jetzt fliegst du. Jetzt geht der Herr ab. Jetzt geht der Herr ab. Keine Erbarmen. Der arme Hamster. Oh, du bist leise. Nein, du bist leise. Nemo, du bist leise. Ja, du bist zu leise. Nemo, du bist zu leise. Nemo, du bist leise. Jetzt komm mal. Verstande, Hummers. Ja. Irgendwie muss ich ja jetzt hier lange bauen, wenn ich das kann nur dauern. Oh. Hey, da ist ein Schaf. Schaf, was sind das Felder kaputt? Dann machen wir dich kaputt. Fünf Schafe, das, wenn die da drauf hücken. Ich weiß nicht. Oder wollen wir das nur auf Stein bauen? Ja, das nur auf Stein so. Aber die muss gut aussehen. Und ein bisschen Radius von diesem Berg, würde ich sagen. Entschuldigung, Leute. Ja, jetzt seht ihr meine Kontaktliste im Skype. Ich stelle mich auf die Scheiß beschäftigt. Weil ich dann wieder zugespampt werde. Ja, riss. Immer noch. Ich würde ein bisschen Radius von diesem Berg nehmen. Wir wissen, was Radius ist. Hast du in Mathe aufgepasst? Hehehe. Aber wenn wir zuviel nehmen und verbrochen wie viel zuviel schreiben, würde ich dann ewig werden. Ja, und wenn's zu nah ist, dann sieht's ein bisschen scheiße aus. So Leute, die meisten von euch werden schon wissen hier, um was es sich handelt, aber ich sag trotzdem noch nicht, wenn die, die noch unarmt sind. Ich hab doch nur was an Radius gelabert. Ich hab doch nur was an Radius gelabert. Das reicht doch. Wir wollen das bauen. Wir wollen keinen Kilometer bauen. Ja, okay, stimmt. Hier auf der Seite reicht der Abstand. Du kannst ja gerne das machen, wenn du willst. Nee, 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 du hast recht, eigentlich reicht das. Soll ich mal Stein farmen? Ich hab sogar noch einen reißen Turm an. Das Problem ist nur, der Herr ist schon wieder so leise, man versteht kein Wort. Ja. Nemo is rush. Gut, jetzt geht doch mal leise. Leise, leise. Ja. Schon wieder so leise. Flo, wir haben ein Problem. Ja. Ey. Besser. Was? Ja. Besser hat er gesagt. Au, 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 au. Ja, red noch mal. Ähm, Flo, wir haben ein kleines Problem. Komm schon. Flo, wir haben ein kleines Problem. Okay. Das wäre... Komm mal hoch. Moment. Bin grad am bauen. Ähm, brauch mal Stein. Ja. So, wieder abgebaut schon. Okay, bin da. Hä, wo bist du? Ja. Wie sinnlos. Loll. Ich hab nichts gemacht und da schwebten Baum in der Luft. Hier. Auf Erde. Das ist total sinnlos. Guck mal in die Richtung. Ich guck in die Richtung, ja. 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 Wir müssten das ganze Feld umbauen. Guck mal. Ja. Das ist doch nicht schlimm. Nichts von meinen Feldern umbauen. Nein, machen wir nicht. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Können wir doch machen. So. Dann baue mal den Stein hier ab. Und fahren mal Stein. So, 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 so. Wie viele Steine soll ich hier abbauen? Die ganze Reihe, die du hier... Das, was ich hell gebaut hab. Gut. Wir setzen jetzt hier einen Schnitt. Liken und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, bitte schreibt einen Kommentar. Lasst einen Kommentar einfach da. Aber bitte jetzt nicht so beleidigen. Wenn man einfach ehrlich formuliert, nett... Hehe. Danke. Danke.